Ja halli hallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich Willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir kommen gerade beim Unterschlupf an. Wieder sehr gut gelandet. Guck, da wäre auch ein Landeplatz, aber das wäre langweilig. Erstmal scannen. Schön. 8 von 12 Spezies wird immer mehr. Und wer ist das? Haben wir schon. Die Dinger habe ich aber echt noch nicht gesehen. Noch was gefunden. Also ein bisschen merkwürdig, dass das HUD quasi mitzoomt. Dann haben wir da. Bauplan für beschleunigtes Feuer. Photonkanone. Brauche ich Aluminium. Das habe ich auch hier noch nirgendwo gesehen. So, was haben wir hier? Nix, 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 nix. Einen leeren Raum ausgezeichnet. So habe ich sie am liebsten. Nicht. Das ist echt, wenn man es nicht mitzündet. So, wie ist das? O. Was ist denn das? Was, was sind das? Was ist denn das? Das ist cooler. Hier haben wir auf jeden Fall Plutonium. Das brauchen wir. Ich weiß nicht. Nichts gefunden. Ernsthaft. Aber hier soll doch irgendwo ein Überlebender sein. Stimmt da irgendwo drin. Zieht. Nichts. Schon wieder. Ernsthaft. Stabilisiert sich. So. Landen wir erstmal alles auf. Da brauch ich immer noch Heridium. Wtf. Lande doch einfach auf mir. Offizier Rugby. Oder Rugby. Rugby war es glaube ich. Eintrinklegen. Aber ich bin kein Eintrinklegen. Was heißt überhaupt Poi? Gegenstände an Lebensraum verkaufen. Immer erstmal verkaufen. Immer erstmal verkaufen. Du hast eigentlich nichts. Energieriegel. Energieriegel. Energikanister. Instabiles Plasma. Karitplatte. Heridium. Reicht aber leider nicht. Nachtkristalle. Hm. Nö. Passt schon. Alles cool. Dein Raumschiff will ich auch nicht. Das ist hässlich. Gut. Guten Tag. Oh. Oha. Geil. Neues Multiwerkzeug. Für 47.000. Joa. Also ich denke das nehme ich auf jeden Fall. Hm. Das kann ich mitnehmen. Ähm. Warte. Transferieren. Oder? Ging das nicht irgendwo? Ach das. Ne. Der hat ja schon was besseres. Scanner. Ah. Hier das Analyse Visier. Das müsste ich noch rüber nehmen. Geilo. So. Das kann ich zu Not auch nochmal. Gegenstände verkaufen. Gibt es hier irgendwas wofür der richtig Asche bezahlt? Nein. Gibt es irgendwas geiles im Inventar? Hm. Nope. Ich muss ja sagen ich blick bei dem ganzen Handeln noch nicht so hundertprozentig durch. Oh. Ich denke das kommt mit der Zeit. Hauptsache ich kann Pflanzen abbauen. Was ist hier noch hin? Ah. Hier geht es wieder raus. Dann reden wir erstmal noch mit dem Kollegen. Hier ist noch ein Zauberwürfel. Brigadier Kau. Moin. Poi. Eintringling. Weken. Na toll. Der Krieger sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das gebietet wohl Tradition und Ehre. Ich empfinde keine unmittelbare Gefahr und bin kurz davor wieder zu gehen, als die Kreatur auf mein Multiwerkzeug deutet. Sie bellt besorgt und deutet mit einer Geste an, dass sie ihr übergeben soll. Ja dann machen wir das doch mal. Er bietet mir ein verbessertes Ersatz Multiwerkzeug an. Sau gut. Boah krass. Noch ein besseres. Läuft. Obwohl das da hat acht. Eigentlich ist. Aber eigentlich finde ich das vorher besser. Ablehnen. Will ich nicht. Aber hat sich trotzdem verbessert. Kannst du mir vielleicht noch ein Wort beibringen. Das wäre Quandt. Das Wiekenwort für Quandt hätte ich gern. Uwe. Ich heiß doch gar nicht Uwe. Ein neues Wort bitten. Dann schieß los, ich höre. Ersetzen. Oh, ladida. Eindringling. Wegen. Okay. Oh, toll. Er hat kein Verlangen, mich zu töten. Seine Lippen ziehen sich sanft über seine Zählen und nach oben wären, der einige elegante, geformte Bellgeräusche von sich gibt. Okay. Jo, alles klar. Kann ich mit dem Tablet hier noch was machen? Nope. Aber wir haben auf jeden Fall ein verbessertes Multitool. Das hat sich definitiv gelohnt. Vier Aliens getroffen. Was war da drin? War da überhaupt was drin? Hallo. Faszinierende Perle, die konnte ich hier direkt verkaufen. So, gucken wir mal kurz hier ins Inventar. Das ist Multi-Werkzeug. Kann ich da noch irgendwas? Analyse, Visier. Rezept anpinnen? Das brauche ich auf jeden Fall. Technologie installiert. Was ist denn anpinnen? Reichweitenerhöhung habe ich noch keine hier drin. Anpinnen. Technologie installiert. Und jetzt? Keine Ahnung, was das genau heißt, dieses Anpinnen. Sieht auf jeden Fall cool aus, hier das Ding. Da brauche ich hier Rhyridium. Könnte ich eigentlich mal suchen gehen. Da gibt es noch keine neuen Technologien. Oh, da sind noch Vögel. Oder auf jeden Fall sowas in der Art. Oder Libellen. Cool, das sind Libellen. Lande doch einfach auf. Mir kann ich gerade scannen. Hallo? Ich will irgendwie nicht. Ich komme näher ran. Na komm. Hm. Boah. Hallo? Warum scannen die ja nicht? Ich hoffe es gerade nicht, dann will ich es scannen. Das ist schon wieder für nur euch, ey. Ja, auf welcher Suchstufe, es funktioniert einfach nicht. Da geht's. Sehr, sehr merkwürdig. Und Abflug. Ach, ich muss wahrscheinlich erst Startschub, ne? Die ist aufgeladen. Okay, jetzt geht's. Da waren wir, glaube ich, schon. Was ist die Hölle? Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Gerade irgendwie so ausgehen, als wäre hier auch so eine Livelle vorbeigeflogen. Oder es war nur der Schatten von irgendeinem Flugzeug. Entschuldigung, Raumschiff. Oh, was haben wir hier? Eine Wiken-Tafel. Vermächtnis von Amtiretto. Die Zeichen einer uralten Zivilisation wurden einst von dieser seltsamen Markierung absorbiert. Irgendwie präsentiert sich die Geschichte der Wiken in der Sprache meines eigenen Volkes. Die edlen Reisenden werden verschont. Ihre Reise durch den Kosmos soll nicht behindert werden. So wurde es verfügt. Das ist Türks Wille. Die ehrenvollen Wiken sollen dem Urteil und dem Glauben der Ältesten vertrauen. Ey, ich brauche einen Dolmetscher. Das Wort für Stimme habe ich gelernt. Okay. Sehr gut. Und da ist doch das Zeug, was ich brauche. Boah, es geht auf jeden Fall schon ein bisschen fixer. Ich sollte mich auf jeden Fall in mein Raumschiff begeben, bei dem Sturm. Also, das ist ja super optimal. So, jetzt geht es dir besser. Also, das hier können wir jetzt wieder reparieren. Sehr schön. Das Hieridium können wir dann auslagern. Eisen auf. Auch die Schildplatte brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. Dann nehmen wir das Protonium. Weiter geht's. Wir fliehen vor dem Sturm. Ja toll, jetzt kommt der Sturm hier hin. Das sind Lager, die kann ich anscheinend zerstören. Und das ganze Titan hier von Klauen. Erstmal Platz im Inventar schaffen. Da fängt es nämlich schon an. Muss schon wieder verkaufen. So, ich muss irgendwas wegschmeißen. So, ich muss irgendwas wegschmeißen. Fünf Stück. Stapeln kann ich auch nix mehr. Kohlenstoff, das könnte eigentlich wegschmeißen. Kohlenstoff, Platin, drei Stück. Das könnte eigentlich weg. So. Gitane habe ich sogar noch da. Das würde ja dann stacken. Oh, ich muss nachladen. Oh, so viel ist da gar nicht drin. Wo sind denn die Mistfiecher? Oh, sie sind da. Lasst mich schön in Ruhe. Das zerstört euch noch. Und dann bin ich weg. So, vielen Dank. War schön mit euch. Oh, es liegt ja noch ein fast Bier. Scheiße. Ich muss weg. Jo, wir verpiseln uns jetzt. Und damit ist dann... Moment, wir schauen erst mal was für... Alter, was machst du da? Du sollst noch auf Proben fliegen, du Affe. Schläger. Fünf Wächter zerstört. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen und bleibt cremig, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.